Ja, Freunde, servus, hier bin ich wieder. Hier ist der Mann, der Gute Laune, hier ist euer Gute Laune, Boy. Richtig, ja, und mit diesen Klängen, was ihr da hört, nein, das ist nicht mein Radio, das ist auch nicht das Autoradio, das ist nicht der Nachbar, der irgendwie Geburtstag feiert, nein, es ist Straßefest in Schwarzenberg. Ja, richtig, in Schwarzenberg, Schwarzenberg, meine Heimat, bekanntlich, ist ja logisch, und ich zeig euch mal, das ist nicht irgendwo, nein, da geht es zu mir, zu meiner Haustür, da ist keiner da, hip hip, und auch Hurra, weil, wo sind sie? Der Kameramann dreht sich mal, richtig, Freunde, auf dem Straßenfest, wo ist das? In Schwarzenberg, und das ist der Kameramann. Also, Freunde, in Schwarzenberg, da geht eben was. Das ist richtig, und die Band ist richtig gut, ich ziehe mich um, und dann, ja, überrasche ich den einen oder anderen, je nachdem, wie die Zeit reicht, weil Termine, Termine, ihr wisst schon, aber mit diesen Klängen verabschiede ich mich mal und sage, pipipip, ich hab dich mega lieb. Lieb. Richtig, da bin ich wieder, aber jetzt. Abscheiden. Ciao.